Am Wiener Kohlmarkt wurde eine noble Luxus-Boutique eröffnet. Was die geladenen Promis nicht beeindruckte, denn die meisten blieben den glamourösen Abend fern. Der Designer kam mit seiner Mama und präsentierte Mode aus China. Gereicht wurde Champagner, der auf dem Teppich landete. Ich verstehe von Mode gar nichts, aber ich bin ein guter Kunde. Ich trage ja auch Kleidung, wie die meisten Menschen auf dieser Welt. Man sieht wenig Kleidung. Es sind sehr viele Modelle im Lager und es wird jemals getauscht. Und eine Luxus-Boutique soll auch nicht so viel Bekleidung raushängen. Vielleicht mussten die Kleiderständer der vornehmen 25 Quadratmeter großen Umkleidekabine weichen. Manche haben nicht einmal sein Zimmer zu Hause zum Schlafen, wie da die Kabine ist. Tut einem manchmal nicht so ein bisschen das Herz weh, wenn man etwas kauft, um immenses Geld und das tragen wir noch einmal? Natürlich. Ich habe bei mir eine Grenze, die ich bei Kleidungsstücken sage, weil ich weiß, wie hart es ist, Geld zu verdienen. Auch die Modeschau im nachbarlichen Dimmel wurde nur mehr durch ein paar Vips aufgefettet. Die allerdings freuten sich über einen kurzen und sehr schlichten Showblock. Philipp Weck kam sogar mit neuer Freundin. Stört es eine Dame, wenn man jetzt ein teures Stück kauft und an den wo hingeht und man sieht es an jemand anderem auch? Also ich war Gott sei Dank noch nie in dieser sozusagen schrecklichen Lage, dass ich irgendetwas irgendwo doppelt gesehen hätte. Somit kann ich mich da auch gar nicht so reinversetzen. Man glaubt immer, dass es an einem selbst besser wirkt als beim anderen. Das weiß ich nicht. Freut mich eigentlich eher, dass es noch andere Kranke gibt, die sich etwas leisten.